verdammt nein ich hasse es wie sehen die mich ich hasse es gerade ich hasse es gerade wie nix von mir aufgeht alle meine ich verliere immer wieder meine items gerade ich mache jetzt nur noch das ich rüste mich jetzt gar nicht mehr groß aus ich mache das jetzt einfach so ich nehme mir jetzt einfach eine spitzhacke und ein paar blöcke mit und das war es ich habe bitte ich würde ich ihm grün mich in ruhe lassen dann könnte ich will mich rüber rennen wieder so kamikaze versuch starten bei blau wieder habe ich einfach tötet ich glaube es nicht und ich schaff es einfach nicht die guten wegzumachen und ich selber verreckt dann immer direkt das ist voll traurig ok schwert level 2 passt jetzt das ganze eisen wollte doch gar nicht moment eine spitzhacke da ist dann eisen kann da wieder rein da habe ich wieder beim bogen es habe ich bitte wusstungen habe ich nicht alles ok ok jetzt nur den bogen ab ab nein ok so jetzt kann ich darüber mit zwei wieder zeug alles was ich kriege gelandet nech ist er der andere die borne so einen schönen gang quasi so ewig tollen aber interessiert uns gerade gar nicht ich würde jetzt irgendwie töten einfach nur aus rache ich würde sie einfach weg kloppen die haben einfach machen die macht das echt so unterschied was für eine waffe man hat oder ist das echt so heftig weil mit ihren eisen schwert haben wir einfach direkt getötet ich glaube das kann nicht so heftig sein oder alter alter ok jetzt wieder das gute brust ein paar blöcke passt der rest da wieder rein so ich habe kein schwert was wollte für das gute schwert was sie alle haben drei gold ok mit drei gold ich nehme mal die hälfte an essen mit ah danke da ist der rest nein ein gold noch gut dann kann ich mir das gute schwert kaufen und zurück in die truhe mit dir dann gehen wir wieder an die front danke ich gehe mal wieder an die front hier nein ich gehe doch da nicht um die ecke jetzt ach verdammt wir bauen zu aber die rechte nicht damit dass ich jetzt von hinten komme verdammt was der mich noch erwischt meine sturmangriff methoden klappen aktuell gar nicht mehr das ist scheiße das sind jetzt voll die langen runden bogen wie geil mein team ist das beste alter also vom sammeln her ich nehme mal kurz den eisen fahr ich gleich wieder zurück und wieder weg genau die spitzhacke wollte ich haben so dann kann das wieder da rein das nehme ich mal kurz bogen habe ich pfeil habe ich schwert brauche ich wieder rein jetzt noch den rest an rüstung 123 jetzt habe ich eigentlich alles noch mal kurz ein paar blöcke mitnehmen man weiß ja nie 1 2 3 so jetzt können wir wieder in die mitte party machen man das ist etwas kompliziert das spiel hier so schnell vorbeigeschlichen während die da im kämpfen sind verdammt nein ich hasse es wie sehen die mich ich hasse es gerade ich hasse es gerade wie nichts von mir aufgeht alle meine ich verliere immer wieder meine items gerade ich mache jetzt nur noch das ich rüste mich jetzt gar nicht mehr groß aus ich mache das jetzt einfach so ich nehme mir jetzt einfach eine spitzhacke und ein paar blöcke mit und das war es ist mir egal das packe ich jetzt weg und dann gehe ich jetzt immer nur rüber ich mache jetzt nur noch sturmtrupp das wäre echt so doof ich werde jetzt sturmtrupp versuche hochzurennen das bad zu zerstören und das war es für mich dann auch okay schnell vor stürmen vorbauen 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 ich schaffe das ja 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 gleich habe ich es wo ist es wo ist das scheiß bet man oh nein ich habe mich voll dumm gebaut wieso kann ich es mir abbauen wieso geht das nicht wieso schade ich war richtig konzentriert aber dumm dass sie nichts mehr abbauen konnte das verstehe ich nicht rest wieder weg da war ich schon in der fest oder konnte ich da nichts mehr abbauen ist das bug gewesen oder bin ich einfach nur zu behindert das hat mich gerade richtig auf was du hure alter von hinten nein ich krieg echt zu viel hier bei dem mod ich bin jetzt sturmtrupp wie gesagt mein ziel betten zerstören nur noch ich habe da jetzt keinen bock mehr drauf mich da lange herum zu wuseln sei mal aber verdammte kacke da als muss ich wieder hier lang bauen ja 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 wo ist es was ist denn das was ist das denn was ist das ist das irgendwie back oder so erste frustrationen und meine pläne gehen nicht auf aber ich werde nicht aufgeben ich werde die taktik befolgen stürmen 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 ich werde die betten zerstören bei meinem leben wenn euch der part gefallen hat dann gibt ein kommentar und daumen nach oben und wir sehen uns morgen wieder beim dritten part von der bad wars reihe weil sie von diesem batch dann sehen wir uns morgen wieder und dann vernichte ich sie